Es begab sich zu einer Zeit. Zu einer schwierigen Zeit. Da waren es zwei Frauen. Die gehen jetzt los und ficken Monster. Da oben geht's auch noch weiter. Oh nein! Ähm. Weiß nicht. Oh, Limos! Feier, Limos! Irgendwie klappt das mit meinen epischen Ansprachen immer nicht so wie gedacht. Meinst du? Schipoli, Kleinkiste auch auf der Treppe? Ja. Dämonenblut für dich. Kannst du es mir holen? Wie, wäre nein? Muss ich mich noch bewegen. Äh. Wo kam die her? Aus der Treppe. Nice. Gut, dass dieses Gebiet nicht buggy ist. Ist da noch einer? Ne, da war noch Dämonenblut. Ne, aber scheint noch einer gewesen zu sein, weil die haben noch drauf eingeschlagen. Gut, dass dieses Spiel nicht total buggy ist. Flammenwächter könnten theoretisch auf den Flammen steinen. Also Leon hat gesagt, wir müssen dafür durch den gesamten Hades reisen. Oh mein Gott, wie viele. Die sind ziemlich lange gestanden. Hilfe. Du, thanks. Healer, thanks. Äh, ja. Deshalb rennst du ja vor mir weg. Ja. Was soll ich machen? Soll ich stehen bleiben und sterben? Ja, bitte. Dann komm ich mit dem Level mal wieder hinterher. Richtig im Main bist du. Ja, klar. Stehst du in mir? Ne, schade. Ich dachte, du wärst in mir. Ich mag's, wenn du in mir wirst. Wat? Alter, drei von vier Särgen einfach fallen. Ich mag die Zombies nicht, die sind doof. Bisschen. Die halten mir zu viel aus für Zombies. Ich hab Pflanzen gegen Zombies gespielt. Selbst Erbsen können die kaputt machen. Welches Pflanzen gegen Zombies? Das neue oder das alte? Eins. Und zwei. In den Garden Warfare hab ich nicht gespielt. Das soll cool sein. Das ist ja... Ja, wenn man auf Third-Person-Shooter steht... ...dann wahrscheinlich schon. Na, du stehst doch auf, GTA. Ja, aber das ist was anderes. Es ist ein Third-Person-Shooter. GTA ist ein Open-World-Spiel. Es ist trotzdem ein Third-Person-Shooter. In allen Kisten einfach fallen. Hey, das kannst du nicht gewesen sein, oder? Müssen wir vielleicht wieder im Kreis laufen? Ich hab den Part an seiner Stelle ja ge... Äh, im Kreis laufen ist nützlich genannt. Einfach im Kreis laufen ist nützlich, Punkt. Aber auch mit dem Punkt. Alter. Ich hab schon wieder nur noch 27 FPS. Ich hab schon gelevelt. Ich sollte mir mal Fraps neu installieren. Wieso hast du es so komisch auch? Wie soll ich fünf Fähigkeitspunkte? Hab ich die auch? Ich hab die nicht. Zwei hab ich noch. Oh. Mehr Schaden. Halt's Maul. Flederm. Nein. Die konnten dann doch stunnen. Ja, genau. Stunnen. Du bist ne Crest? Ne, der Typ ist ne Crest. Ne, ich bin auch ne Crest. Müssen wir ihn da hinbringen? Bitte nicht. Wahrscheinlich. Wie tot ist er schon? Ach, gar nicht. Nein, er ist gar nicht tot. Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich auch im Leben erhalten. Ah, bleibt hinter mir. Das heißt, du gehst, Frau. Danke. Ich hab keine Lust mehr, alles zu erkunden. Sorry. Ähm, oh mein Goat. Was ist denn das? Keine Ahnung, Mann. Greif mir das an? Ja. Belagerungsläufer. Du hast da extra Schaden gegen Geräte. Hab ich. Okay, alle extra Schaden. Nestors Boote hat noch ziemlich viel leer. Warum willst du nicht mehr alles erkunden? Ach, weil mir die Gegner hier viel zu stark sind. Noch einer. Nicht so stark. Nein, die sind gar nicht so stark, ne? Hallo, Boote. Lass ihn in Ruhe. Gib mal schnell den Boot. Ich hab ein Portal gemacht. Komme. Er ist gestorben. Super. Kriegen wir bestimmt noch einen in die Backe. Das Teil war halt, es war einfach die ganze Zeit ihn geagrot, obwohl ich ihn angegriffen hab. Geagrot? Ja, geagrot. Was nennt man so? Kennst du das? Nein. Da oben geht's übrigens noch lang. Gott, hier kommen noch zwei von diesen Dingern. Wie, die Geister einfach komplett useless. Ach, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ach, ja. Wie schön wär's doch, ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ernsthaft, die Krieger sind komplett useless. Die machen überhaupt keinen Schaden. Ey, Krieger. Die Geister. Oh, jetzt kraft ihr schon wieder irgendwas an? Hier geht's übrigens in beide Richtungen. Nein, Moment, hier geht's nicht weiter. Hier geht's noch ein Dekot. Nein. Börser, Börser. Kurz mal kurz ein T-Shirt ausziehen. Ich will jetzt die Karte hier erkunden. Wenn er's nicht mehr machen will. Ich mach das noch. Fuck. Geh raus, dann. Okay, geht's auch nicht weiter. Hier ist auch noch der Dingsweg. Oh, wieder da. Da. Wo bist du? Ich guck mir das Gebiet an. Warum steht der Bote da oben? Der Bote. Der Bote. Ach, jetzt. Der Bote stand bei mir gerade noch da oben. Okay. Oh mein Gott, wieso? Ja, da mal so. Oh mein Gott, wieso? Wie, das mich nervt, dass die einen stunnen, ne? Ja. Wie gern hätt ich doch jetzt einfach nur die Stimme von Handsome Jack. Du hast gerade ein bisschen gelaggt. War's mit Handsome Jack? Wie gern hätt ich doch jetzt einfach nur die Stimme von Handsome Jack. Wieso? Borderlands-Anspielung. Ja, aber wieso willst du sie haben? Einfach nur, weil es gerade eine Borderlands-Anspielung war. Klar, musst du unbedingt noch zwei Leute anziehen? Der, 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 die hat er gepullt. Ich hasse NPCs. Ich stand die ganze Zeit hier in den Stein, das ist der Behälter. Wirklich, ich hasse NPCs, denen man folgen muss oder die einem folgen. Ich mein, wenn man denen folgen muss, ist es noch besser. Weil dann können sie meistens nicht sterben. Vor allem muss man für NPCs auch immer das Auto fahren. Zum Beispiel GTA. Entschuldigung. Wie viele Quests gibt es in GTA, in denen Gegner für einen das Auto fahren? Er ist schon wieder tot. Ich auch. Hab ich gesehen. Ich glaub, er ist wegen dir gestorben. Ich kann gleich 9 mitnehmen. Kann ich gleich 9 mitnehmen? Voll wie so ein Produkt. Oh ja, da kann ich gleich 9 mitnehmen. Es gibt, in San Andreas gibt es zum Beispiel eine Mission, die ich jetzt wüsste. Welche? Wo man aus dem Hotel da mit Grocery-Treffen entkommen muss. Da muss man ja hinten rausschießen mit einer AK. Und sonst, weiß ich keiner. Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich fände gerade keiner. Wie wäre ein Portal? Selber? Wir haben ein Portal ausgelassen. Welches? Keine Ahnung. Zwischenebene des Gerichts und wo wir jetzt sind, ist ein Portal. Das hab ich. Ich nicht? Das. Soll ich hinporten? Nein. Jetzt nicht. Ich hab schon nur noch 10 Minuten, ne? Der Typ steht bei mir hier rum. Du musst ja eigentlich hin. Wie dieses Spiel am Bargen ist. Das ist echt schlimm. Ich bin schon wieder fast tot. Jetzt ist er wieder AK. Vielleicht wieder tot, bestimmt. Nein, geht. Du willst jetzt echt alles erkunden? Eigentlich wollte ich das schon machen, weil ich hatte jetzt nicht unbedingt Lust, das komplette Prinzip des Let's Plays noch zu beenden. Nur weil du keine Lust mehr hast. Weil die Gegner einfach viel zu stark sind, Mann. Ich mein, in Borderlands stirbt man auch alle 2 Meter und das ist nicht so frustrierend wie hier. Ja, weil man da halt einfach dann noch weiterleben kann. Ja, weil man sich einfach wiederbelebt und dann muss man nicht 6 Stunden zum Kampf wieder hinlaufen. Wenn man nicht irgendjemanden dabei hat, der einen teleportiert und ist 10 Sekunden später wieder tot. Ja. Sondern man ist einfach dauerhaft tot und schießt noch mit rein. Und lebt dann wieder und ist wieder tot und lebt dann wieder. Das wäre in einem Koop von Titan Quest auch angebracht, dass man seinen Teamkollegen wiederbeleben kann. Ja. Mir geht nicht. Guck, du mach THQ. Ich kann vollkommen verstehen, dass ihr pleite gegangen seid. Vollkommen verdient. Das ist böse, ja, ich weiß. Klasse, die fotzen vor allem, Alter. Vor allem, weil THQ der, äh, der, der, ähm... Ja, ich weiß. Das ist ein Entwickler. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich habe letztes Mal auch schon TSQ dafür verantwortlich gemacht. Warum kann man nur so ein Pub... äh, so ein Spiel Pub... Pub... Publischen. Meat Boy wird übrigens nicht fortgesetzt. Meat Boy ist für mich durch. Ich habe das End-Fragezeichen geschafft. Schaffst du das erstmal. Oh, guck mal, ich bin tot. Für mich hast du noch Leben. Mhm. Der Boot ist auch tot. Kannst du eigentlich einen neuen mitnehmen. Aber der ist so weit weg. Da muss ich ja... Der ist auf dem Weg. Ja, total auf dem Weg. Ich wollte mir jetzt eigentlich ein Portal machen. Äh, wie sollen wir ihn in der Far... äh, in Froststrahlen stehen lassen? Weiß ich nicht, weil ich keinen Bock drauf hab. Ein weiterer Boote ist bereit. Nein, shit, dann komm mit. Ein weiterer Boot ist bereit. Ja, ich hab ein Portal für dich als Affen und hier ist dann noch so eine Essenz für dich. Danke. Da oben fehlen noch ein Stück, aber das ist auch egal. Das haben wir schon wie gesehen. Lassst du bis zum nächsten, äh, äh, Brunnen jetzt laufen? Oder wie lang haben wir noch? Hm, wir haben jetzt noch... Sieben Minuten. Ja, aber ich denke mal, es soll noch machbar sein. Mhm. Guck mal, ein Heldenmonster. Guck mal, ein Helden-Dings, die komische Sachen machen. Da oben sind drei Schockwellen am Festhängen. Zwei. Bei dir auch? Oh, das war eine Sekunde geschehen gewesen, ne. Viel plus. Ich hab mich getroffen, sorry. Jetzt hab ich ihn getroffen. Das war gut so. Ich hab ja auch einen Heildrang genommen. Ich hab eben Essenzblut der Furie für dich aufgenommen. Heil, äh, Brunnen. Oh mein Gott, ich hab gerade 10 FPS. 20. Mir ist doch wieder 60. Das kotzt mich auch extrem an, dass ich momentan keine FPS habe. Und ich hab keinen Plan, woran das liegt. Gar keinen. Ich hab ja gerade in der Aufnahmepause mal nachgeguckt. Ja. Die sind so stark. Ja, du stehst auch in 30.000 drin. Ist doch klar, dass die stark sind. Ich kann dann gar nicht so schnell wegrennen, wie die mich töten. Der wurde auch tot? Schätze mal, ne. Ja, ist mir gefolgt. Deshalb stirbt er dann immer gleich. Ne, wir sollten ihn nur hinbringen. Okay. Wir haben es geschafft. Ich will nachher mal gucken, ob es für Sacred Underworld zufällig ein Grafik-Patch gibt. Oder ein Mod. Was für ein Grafik-Patch? Ein Grafik-Mod oder sowas. HD-Grafiken. Finde ich super. Kannst du selber einen machen? Ja, genau. Du kannst mir auch mal die Nudel kraulen. Kann ich auch lassen. Du kannst mir die Falafel kraulen, Junge. Um es mal auf Sohan-Art zu sagen. Die sind so unglaublich stark, wenn es mehrere sind, ey. Na, guck mal. Ich habe eine Armee bekommen. Was hast du gekriegt? Eine Armee. Ernsthaft? Warum? Vier Leute. Weil ich mit dem Typ geredet habe. Ich will auch. Na ja, Marsch. Nimm diese Männer. Mehr können wir nicht entbehren. Die machen sogar ganz gut Schaden. Ja, ich habe keine gekriegt. Schade. Ich hätte auch gerne welche gehabt. Am geilsten finde ich die Kommentare. Die können wir ganz gut entbehren. So nach dem Motto, okay, wenn sie mit dir unter... Nein, er hat gesagt, dass die Einzelnen hier entbehren können. Nein, bei mir hat er gesagt, die können wir ganz gut entbehren. Die haben nur gesagt, dass die Einzelnen hier entbehren können. Ich kann gerne nachher nochmal reinhören in den Part, aber ich bin der Meinung, bei mir hat er gesagt, die können wir ganz gut entbehren. Und das hieße so für mich, hier, nimm sie, sie sterben eh mit dir. Einfach so eine richtige Todesunterschrift schon geleistet. Meine FPS gehen jetzt aber auch langsam runter. Ich glaube, mein Fussball läuft langsam voll. Ja, meine nicht. Ich habe in der Aufnahmepause nachgeguckt. Hat er nicht, er lügt. Also, woran kann das noch liegen, Freddy? Du bist doch hier IT-System-Elektroniker für IT-System-Elektronik für Fachmann für... Ist scheiße, ne? Also, meinst du, vielleicht mal neu installieren? Warum betonst du neu installieren so? Du installierst das Ganze mal neu. Ja, genau. Davon rede ich ja auch. Vom neu installieren. Warum betonst du denn so dumm? Ich betone es nicht, das ist Einbildung. Also, warum müssen wir überhaupt hinten bringen? Wahrscheinlich zu der Treppe da hinten? Vom Schweren nehmen wir, sie brauchen Verstärker. Aber nach rechts gehst du auch noch weiter aus dem Hölle. Ich weiß. Aber wir haben jetzt eh nur noch drei Minuten. Und hier ist ein Brunnen, ne? Ja. Das heißt, wir müssen nächstes Mal alles nochmal neu tot machen. Das sind Ameisen. Alles. Ein kleines Gebiet. Das uns schon sechs Minuten gekostet hat. Das ist keine sechs Minuten gekostet. Doch, hat es. Nein. Wir sind mit circa acht Minuten hier angekommen. Okay. Die Belagungstürme super. Ich finde die richtig scheiße. Vor allem, wenn die mich gefokust haben. Ach, die zwei Ameisen haben mich auch gefokust. Der Belagungstürme durch ist mein ganzes Ameer ausgerottet. Kannst du noch rechnen? Wiss ich nicht. Ich probier's mal. Ja, moin, die sind totkrieg. Neue? Das sind alle Männer, die wir entbehren können. Das sind alle Männer, die wir entbehren können. Das sind alle Männer, die wir entbehren können. Jetzt sagt er zu mir auch nur noch, das sind alle Männer, die wir entbehren können. Ich bin der Meinung, vorhin hat er zu mir gesagt, ähm... Den können wir gut entbehren. Nein, nicht schon wieder so einen roten Fotzen. Hast du's gesehen? Ja. Einschlag. Oh, ich hab die falsche Schatz gedrückt, deshalb hab ich nicht gestunt. Nein, dumm Kopf. Wollen wir jetzt aufhören? Ja, zwei Minuten. Scheiße, ey. Ja, Leute, dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Best Game.